Kommen wir heute zum dritten und bisher letzten Buch von der Martin S. Snyder Reihe. Das Buch trägt den Titel Todesmärchen, Autor wie bisher Andreas Grober. Wie immer werde ich es über den Inhalt etwas sagen und dann einen weiteren, einen Vergleich zu den vorherigen Fällen von Sabino und Martin anstellen. Also zu Todesmärchen. Diesmal geht es um eine Mordserie, in der der Täter an seinen Opfern Zeichen hinterlässt. Für Sabine Nemes und Martin S. Snyder wird es eine internationale Jagd auf den Mörder. Dieser zeigt sich als sehr gerissen und brutal. Doch was ist sein Motiv? Sabine erkennt ein Muster, während Martin S. Snyder eine Vermutung hat. In der Zwischenzeit kommt Hannah als neue Psychologin in einem Gefängnis für abnormale Verbrecher an. Sie therapiert unter anderem Piet von Lön, der für sie von bedeutendem Interesse ist. Bald merkt Hannah, dass an ihrem neuen Arbeitsplatz etwas ganz und gar nicht stimmt. Soviel zum Inhalt. Viele fragen sich sicher, was eine Psychologe und der neue Fall von Martin S. Snyder und Sabine Nemes verbindet. Wer jedoch sich an Todesurteilen sind, kann sich die Verbindung denken. Zur Erinnerung, am Ende erhält Martin S. Snyder eine Nachricht, dass Piet von Lön bald freikommt. Nun, dies verrät schon einiges. Auch ansonsten lässt sich viel erahnen und macht die Geschichte ziemlich durchschaubar. Um ehrlich zu sein, ich war etwas enttäuscht. Nach dem zweiten Teil, der mir wirklich gut gefallen hat, war dieser Teil nicht sehr nur tief. Erneut ist der Fall persönlich mit den Ermittlern verstrickt. Ich greife da mal ein konkretes Beispiel auf. Ist im ersten Teil Sabines Mutter nicht eins der Opfer, so ist im zweiten Teil die alte Freunde von Martin S. Snyder eine der Täter. Und solch eine Verbindung findet sich auch im dritten Teil. Außerdem greift Todesmärchen als Vorlage für die Morde, wie der Titel verrät, auf Märchen ab. Klingelt da was? Richtig, so hat er im ersten Buch mal nach einem Kinderbuch getötet. Man sieht, wer gut kombinieren kann, erkennt grobes Muster. Etwas schade. Aber für diejenigen, die darüber hinwegsehen können, werden an dem kuriosen Ermittler-Duo, wie die immer noch sehr realitätsnahen Abläufe, Freude haben. Nun nach dem Ende von Todesmärchen bin ich dennoch neugierig, wie Gruber die Karre jetzt noch aus dem Dreck ziehen will. Oder anders formuliert, wie die Geschichte überhaupt weitergeht und ob es ihm gelingt, aus seinem Muster zu brechen. Das war's von mir, links wie immer in der Beschreibung.